Das ist die kleine Familie Neumann aus Jasnitz. Zusammen mit ihren Kindern Uschi und Ami leben sie auf ihrem Bauernhof am Jasnitzer See. Immer wenn die Sonne über den kleinen See aufgeht, fährt der Vater mit seinem Boot zum Angeln raus. Währenddessen schmiert die Mutter Brote für die Kinder und begleitet sie zum Schulbus. Manchmal wenn die Mutter Zeit findet, träumt sie vom Meer an, das sie so gerne fahren möchte. Doch beide Eltern haben immer so viel zu tun und keine Zeit für einen Urlaub. Eines Schönen Tages berichtet die Tochter von einem Gewinnspiel aus dem Internet. Schnell ist das Formular ausgefüllt. Und nach wenigen Tagen bekommt Familie Neumann tatsächlich den Hauptgewinn zugesprochen. Eine Reise ans Meer und viele weitere Überraschungen. Schnell sind die Koffer gepackt und los geht die Reise ans Meer. Im Hotel angekommen erleben sie eine Überraschung. Das Hotel ist ausgebucht und keiner weiß von dem Gewinnspiel. Traurig fahren sie wieder zurück nach Jasnitz. Dort erleben sie dann die eigentliche Überraschung. Ihre Wohnung ist binnen eines Tages komplett leer geräumt. Und alle Tiere sind verschwunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo wir jetzt其實 sind die 2.6cher Die Musik mit der Stannusgi die Koffer Binge die FMM die